Hallo, ich bin's wieder, der David und heute gucken wir uns mal ein paar saure Süßigkeiten aus Japan an. Die Tütchen, welche ihr hier seht, beinhalten kleine Gummi-Drops in Schildkrötenform und heißen Kame Kame Sauas. Kame ist das japanische Wort für Schildkröte, wobei es im Namen hier gleich zweimal hintereinander vorkommt und Sauas ist natürlich englisch und bedeutet sauer. Diese Schildkröten gibt es in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen, einmal Traube, Cola und Ramune. Falls ihr noch nicht wisst, was Ramune ist, das erzähle ich euch etwas später in diesem Video. Gekauft habe ich diese drei Tüten bei Marunaka, einer sehr großen Supermarktkette in Japan, welche zu Ion gehört. Ion ist ein Konzern in Japan, welcher bei Touristen wahrscheinlich nur für seine im ganzen Land verteilten Einkaufszentren bekannt ist. Aber kommen wir wieder zu den Schildkröten. So eine Tüte kostet 99 Yen, was ca. 78 Cent entspricht und beinhaltet 45 Gramm. Aber genug davon, lasst uns probieren! so, dann fangen wir mit den pinken an. Das ist Traube, genau. Zack. Und zack. Das riecht einfach nur nach Chemie. Ähm. Naja. Okay. Naja. Okay. Also, ich hätte jetzt erwartet, dass die richtig sauer sind, aber sie sind leicht sauer. Schmecken, ja, irgendwie künstlich nach Traube. Konsistenz ist ein relativ festes Gummi so. Aber, ja, so der Zucker außenrum, der ist nicht hart oder so. Der ist sofort, der schmilzt sofort weg. Aber, ja, ist jetzt nicht so, nicht so der Bringer. Ich probiere die anderen natürlich trotzdem noch. Ähm. Ja. Machen wir mit Cola weiter, würde ich sagen. Ach so. Okay, ja. Das riecht schon ein bisschen besser. Das riecht halt wie, wie so, wie die, wie die, wie die Cola-Flaschen von Haribo riecht das. Genau. So. Dann probieren wir mal. Ich zeige noch mal eine Schildkröte in die Kamera. Das habe ich noch gar nicht gemacht, ne? Ja. Ja, ist, ähm, natürlich von der Konsistenz her Zucker etc. genauso wie bei den mit Traubengeschmack auch. Und geschmacklich auch sind die auch wie die Cola-Flaschen von Haribo. Also ganz okay. Dann gucken wir uns noch die letzten an. Das ist eine Geschmacksrichtung, die man mit Sicherheit nicht in Deutschland bekommt. Ramune. Zack. Und einmal so. Ach so. Ich vergesse mal dran zu riechen. Ja. Das hat wenig Geruch. Irgendwie undefinierbar ein bisschen süß. Ja. Und irgendwie Chemie. Aber lange nicht so schlimm wie die Dinger mit Traubengeschmack. Ach so. Die Cola-Flaschen eben, die waren auch überhaupt nicht sauer. Obwohl ja sauer auf der Verpackung draufsteht. Bei allen. Ähm. Gut. Mhm. Also, ich habe Ramune schon probiert, das Getränk. Das schmeckt ganz lecker. Aber die Dinger, also die schmecken auch einfach nicht danach. Sie schmecken irgendwie süß. Undefinierbar süß nach. Weiß ich nicht. Zucker. Ganz leicht. Citrus ist da drin, würde ich sagen. Irgendwie. Ja. Also, bis auf die, ähm, mit Cola-Geschmack. Ja, weiß nicht. Kann man sich das auch sparen, würde ich sagen. Hier habt ihr sie noch einmal. Ja. Also, wie gesagt, kann man ausprobieren, muss man nicht unbedingt. Damit wären wir auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Oder abonniert meinen Kanal. Und, ähm, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, hoffe ich doch. Bis dann, euer David. Bis dann, euer David.